Ja Leute, herzlich willkommen natürlich auch zum zweiten Teil der EM-Check 2024 der Teams, die teilnehmen und in dem Fall die Gruppe B, die bestückt ist mit Albanien, Italien, Kroatien und Spanien. Gucken wir natürlich zuallererst auf Albanien, ja, Mendes Campos Juniors Silvio ist der Trainer der Albaner, dann sehen wir, dass Idrit Berischer dabei ist als Keeper wie Erhan Kesrati, Simon Simaoni wie Thomas Kokoscher, das sind die Keeper, dann die Verteidiger, hier mit Alain Ayti, mit Neser Halicci, Ivan Bilyeu, Berat Demisiti, ja, und dann auch mit Ilshat Rorsay, Adrian Ismaili, Maras Kumbula, wie auch Ener Moai und Mario Moritay. Das, also die Abwehrspieler, dann das Mittelfeld, mit Armin Abraji, mit Christian Aslani, Norden Berimi, Modern Berischer, wie Klaus Jezula, vielleicht der bekannteste, Osan Leji, Enes Musi, wie Jevald Renardani, dann haben wir den Sturm mit Jesse Aslani, Armindo Broja, Melind Daku, ja, aber Hexar, wie Roy Monai und Tulan Safri. Das, also der Sturm, der Albaner, dann haben wir natürlich auch hier, ne, haben wir natürlich auch die Liste, Alter und so fort, ja, und den Trainer, den ihr dann damit lesen könnt, ja, eure Meinung, und gerne der Albaner, wie weit sie kommen, gerne in den Kommis, dann gucken wir natürlich ein weiter, und das sind die Quarazzura, die Italiener, ja, Luciano Sparletti ist der Nationaltrainer, dann sehen wir Randruigi, Donnarumma dabei, Alex Meret dabei, Ivan Povodels dabei, Giordino Fergerio ist dabei, dann die Verteidiger mit Alexandro Pestoni, Raul Palanova, Alexander Polegrino, Riccardo Calafuri, wie auch Matteo Demian, Giovanni Di Lorenzo, wie Fabrizio Di Marco, Frederico Gatti und Gianluca Manzini, die dabei sind für die Abwehr, dann Mittelfeld, mit Nico Loborella, mit Andrea Cambiasso, Federico Chiesa, Beno Cassante ist mit dabei, wie auch Niccolo Frigoli, Michel Foto-Jo, dann mit Davide Fristesi, Giorginho, wie auch Lorenzo Pellegrini und Samuello Ricci, wie auch Metea Zugani, ja, dann natürlich auch der Sturm, ja, den man hier feststellt, mit Steffen El-Sharabi, mit Riccardo Osini, Giorgomo Rospadori, Matteo Ritgui, wie auch Jimmy Luca Salmenza, die dabei sind. Recht interessant, italienische Kader, kein Giro Immobile oder so, ja, relativ einige wieder neu mitnominierte dabei, bin gespannt, was das Team von Spargeletti so drauf hat, ja, mal wieder den Alter und so weiter, ja, wo ihr das so auch sehen könnt und, ja, auch gerne hier eure Meinung der Italiener, Italiener, wie weit sie kommen, wie sie auftreten könnten und so weiter, dann, wem haben wir dann noch, dann haben wir die Kroaten, Kroatien, auch immer sehr, sehr interessant gewesen, in den Turnieren, und Sadko Dalic ist der Trainer, dann sehen wir die Keeper mit Iwiza Evisic, Nikolo Labrovic, Dominik Livakovic, ja, dann die Verteidiger mit Martin Elic, Jasko Guardiul, Josef Sotalo, Josef Juranovic, wie auch Martin Pongacic, Bernard Sousa, Josef Stanisic, Demirgay Veda, der erfahrenste, also von den Rhein-Bur-Kroaten, dann das Mittelfeld mit Martin Bottura, Marcelo Perusovic, Matejko Vajic, Lefro Meier, Luka Modric, Mario Basalic, dann haben wir noch Marco Basalic, wie auch Ivan Perusovic, dann Lukas Sousic, Nikola Vitisic, die Mittelfeldakteure, dann die Stürmer mit Bruno Petkovic, Antti Budimir, Luka Ivansic, und Andri Kramaric, wie auch Marco Piesa, also, sind wir sehr, sehr gespannt, auf diese kroatische Mannschaft, ja, das Team von Dalic, dann sehen wir hier auch den Alter und so weiter und so fort, jetzt, den natürlich noch die Teilnehmer, da kann man hinter auch die eine Tore Note so sehen, also recht interessant, eure Meinung der Kroaten, gerne in den Comics, dann haben wir hier noch die Spanier, die sind noch mit in dieser Gruppe, ja, gucken wir auf jeden Fall hier jetzt drauf, der Spanier, Luis de la Fonte, das ist der Trainer der Spanier, ja, dann mal sehen, wie sie hier ankommen, mit Alex Romero, David Rea, Unai Simon, die Abwehr dann mit Daniel Kavajal, mit Paul Kovacsi, Marc Chesula, mit Alejandro Grimaldo, dann Jesus Navas, Amirik Lapotz, Rubin Diamant, Nacho Fernandes und Daniel Vivian, die Abwehr, dann das Mittelfeld mit Alex Kassier, mit Alex Brenner, Dani Olmo, Fabien Fermin, Markus Lorente, Mikkel Moreno, Petri, Rodri und Martin Silber, Mendy, dann die Stürmer mit Jusse, Ferran Torres, Joselu, Yami Jamal, Alvaro Morata, Nico Williams, Mikkel Osjabal, ja, so also die Spanier, dann Kuchin, hier natürlich auch noch den Alter und sofort, einsetzte Torenote und und und, ja, die Meinung der Spanier natürlich auch in den Kommis, dann haben wir noch niemanden mehr, dann haben wir alle durch, die Albanen, die Italiener und Kroatien und die Spanier und ja, die Gruppe wird folgt ausgehen, für mich, wenn die Spanier auf Platz 1 kommen, Italiener leicht vor die Kroaten auf Platz 2 und die Kroaten Platz 3, Albanien Platz 4, so denke ich das, ja, das war es dann auch wieder mit meinen EM-Check 2024 der Teams, ja, Gruppe B, dann Teil 2, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es in Teil 3 kommt, ja, Teil 3 wird dann morgen, morgen online kommen, ja, also wisst ihr Bescheid und bleibt sportlich und fair und bleibt gesund, bis dann, ciao.